Weltweit gibt es mehr als 400 Hunderassen, jede mit einzigartigen Eigenschaften, die von verschiedenen internationalen Hundeverbänden klassifiziert werden. Es war im Vereinigten Königreich in der vektorianischen Zeit, dass mehr als 80 Prozent der Hunderassen, die wir heute kennen, offiziell benannt wurden. In diesem tierischschlau Video zeigen wir euch die zehn beliebtesten englischen Hunderassen. Die englische Bulljogger hat meist ein weißes Fell mit braunen Flecken, obwohl sie auch einfarbig vorkommen können, entweder vollständig weiß oder in verschiedenen braunen Türen. Ihre Ohren sind kurz und der Kopf ist groß mit abgerundeten schwarzen Augen. Aufgrund dieser Morphologie wird die englische Bulljogger als ein prachizephaler Hund betrachtet, was bedeutet, dass dieser Hund für verschiedene Artenwegs, Augen und dermatologische Erkrankungen anfällig ist. Der Yorkshire Terrier ist ein kleiner Hund, der etwa 3-4 kg wiegt. Die Rasse ist dafür bekannt, besonders aktiv zu sein, oft recht laut, aber ebenso für eine starke Bindung zum Menschen. Ihr Fell ist blau-grau von Kopf bis Schwanz, darunter eine goldene Farbe. Der englische Cocker Spaniel ist eine sehr alte Hunderasse und wurde früher für die Jagd verwendet. Er ist sehr treu mit einem spielerischen und liebevollen Charakter und kann sehr anhänglich werden. Eine Studie legt jedoch nahe, dass goldfarbene Exemplare dieser Rasse zu Aggressivität neigen können. Sie sind stark, athletisch und wiegen rund 15 kg. Der englische Cocker Spaniel ist sehr intelligent und kann einfarbig, zweifarbig oder rotbraun gefleckt sein. Gemäß der Liste der intelligentesten Hunderassen von Stanley Corrin ist der Border Collie der intelligenteste Hund der Welt. Ursprünglich als Hütehund erzogen, sind sie bekannt für ihr energetisches Verhalten, ihr athletisches Können und ihre Fähigkeit, Befehle zu befolgen. Die häufigste Fellfarbe ist schwarz und weiß, entweder kurz oder lang. Der englische Setter ist eine agile, intelligente Rasse mit Jagdinstinkt und der Fähigkeit, das Vieh zu hüten. Heute werden sie vor allem wegen ihres Äußeren geschätzt. Ihr Fell kann schwarz und weiß, dreifarbig oder braun mit weißlichen Flecken sein. Ihre Ohren können lang oder kurz sein. Sie haben eine verlängerte Schnauze und eine markante Nase mit sehr abgerundeten Augen, die ein elegantes und raffiniertes Erscheinungsbild ergeben. Der englische Mastiff ist ein riesiger Hund, der vor mehr als 2000 Jahren als Kriegshund eingesetzt wurde. Am Ende des Zweiten Weltkrieges stand die Rasse kurz vor dem Aussterben, aber im Laufe der Zeit gelang es mehreren Züchtern, dies zu verhindern. Er besitzt ein kurzes und raues Fell im allgemeinen Sandtümen. Die Nase und die Augen sind besonders dunkel. Gesundheitlich neigen sie zum Ektropium, zur Tursion des Magens und zu Nierensteinen. Der englische Greyhound oder englischer Windhund ist ein athletischer Hund, elegant und schnell. Sein Kopf ist länglich und schmal, mit dunklen Augen, langen Ohren und ein wenig herabhängend. In Bezug auf ihre Persönlichkeit handelt es sich um eine unabhängige Rasse, daher werden sie immer ihren Freiraum suchen. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht liebevoll und anhänglich sind. Ihr Fell ist hellbraun, obwohl es auch zweifarbig mit weißlichen Flecken sein kann. Der Cavalier King Charles Spaniel ist eine Rasse mit einem eleganten und raffinierten Aussehen. Ihren Namen verdanken sie König Charles II. von England, von dem einige glauben, dies sei seine Lieblingsrasse gewesen. Es ist ein kleiner Hund mit einem robusten Körperbau. Sie haben eine kurze Schnauze und lange hängende Ohren. Ihr Charakter ist äußerst fügsam und liebevoll. Gesundheitlich nagt die Rasse zu verschiedenen Augen- und Atemwegserkrankungen. Es gibt auch eine Erbkrankheit bei brachycephalen Hunden, hier an erster Stelle dem Cavalier King Charles Spaniel, die als Zyringomöyeli bekannt ist. Es ist eine ernste Erkrankung, die für den Hund sehr schmerzhaft sein kann. Der englische Foxhorn wurde wie andere Hunderassen, die in dieser Liste erwähnt werden, ursprünglich als Jagdhund verwendet. Er ist in der Lage, lange Strecken ohne Ermüdung zurückzulegen, verfügte über eine große Beweglichkeit und einen sehr entwickelten Geruchssinn. Sein Fell ist kurz und normalerweise dreifarbig, in weiß, braun und schwarz. Er gilt als sehr aktiver, geselliger und anhänglicher Hund. Wir beenden die Liste mit dem englischen Bull Terrier, einem Hund, der in einigen Ländern als potenziell gefährliche Rasse angesehen wird, aber gleichzeitig auch besonders beliebt ist. Sie sind aktiv und gesellig im Charakter, stark und agil in der Statur. Oft sind es weiße Hunde, es gibt aber auch gestromte, rote, schwarze und dreifarbige Bull Terrier. Sie sind mittelgroß und ungefähr 25 kg schwer. Hier endet unsere Top-Tier-Liste der englischen Hunderassen. Wenn ihr eure eigenen Favoriten hinzufügen möchtet, könnt ihr unten einen Kommentar hinterlassen. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020